Hallo zusammen, mit diesem Video möchte ich eine neue Serie starten in der Rubrik Do It Yourself. Let's do it, let's do it, right, do it Manche von euch können sich vielleicht vorstellen, was ich mit diesen Videos zeigen möchte. Für alle anderen, es geht quasi darum, dass ich ohne gekaufte Ausrüstung in der Natur verschiedene Dinge mache. Ohne Ausrüstung heißt in dem Moment, dass ich nur die Sachen verwende, die ich in der Natur unterwegs finde oder mir selbst erstelle. Und was für Sachen möchte ich machen? Ich möchte zum Beispiel ein Messer selbst erstellen, eine kleine Axt. Möchte einen Feuerbohrer erstellen, mit dem Feuerbohrer natürlich dann Feuer machen. Fallen möchte ich bauen und mit dem Fallen dann quasi etwas fangen können. Da das Jagen so in der Natur mit Fallen und so weiter nicht erlaubt ist bei uns, werde ich dann natürlich auf anderen Wegen mir was beschaffen in dem Moment. Das Ganze dann zubereiten und in der Natur mit euch zusammen dann genießen. Natürlich gehört auch ein Lagerbau dazu und verschiedene andere Dinge wie unterschiedliche Feuermöglichkeiten oder wie man das Essen zubereiten kann ohne zum Beispiel Pfanne und Topf. Wenn euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, wie ich euch das Ganze zeige und was mir so alles unterwegs einfällt, was man sammeln könnte oder erstellen könnte, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Schaut auf meiner Homepage vorbei bei Facebook, Twitter oder auch auf Instagram. Ich verabschiede mich mit diesem Erklärvideo zu den neuen Playlisten und Vorhaben, die ich so jetzt starte und verabschiede mich und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.